Liebe Victor, ich gratuliere dir ganz herzlich zu deiner tollen Karriere. Ich möchte mich auch bedanken für diese schöne Zusammenarbeit, die ich in den letzten Jahren mit dir erfahren durfte. Ich habe es immer sehr geschätzt, dass du sehr treu deinem Betreuungssystem standgehalten hast. Gerade auch dann, wenn es manchmal nicht so gut ist gelaufen. Aber ich denke, gerade diese Situationen haben einen speziell verbunden. Ich möchte mich auch bedanken, dass ich viel gelernt habe. Was für Herrn Meier und Frau Müller gilt, gilt öfter für jemanden, der über 200 Kilometer trainiert, natürlich nicht. Und das kann man nur in der Praxis erfahren. Ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute und es würde mich freuen, weil ihr inhaltlich und vor allem freundschaftlich in Verbindung bleiben könnt.